hier noch kurz aufmachen alles nehmen da achten das schild hier von meinem anzug das ist richtig scheiße das wird geschlecht jetzt nicht damit gerechnet das ist so schnell zusammenfällt aber auch ganz dringend besseren anzug was mit mehr power so haben sie dabei wo ist der shadow broker wo ist fest die kommen gleich wo sind die beweise keine chance der deal ist gelaufen fest hat mich reingelegt ich wusste dass ich ihm nicht trauen kann sind sie verletzt ich kann auf mich aufpassen aber ich weiß hilfe zu schätzen wer sind sie ich heiße shepherd ich suche beweise dafür dass saren ein verräter ist dann kann ich sie jetzt für meine rettung belohnen aber nicht hier draußen wir müssen an einen sicheren wir könnten sie zur botschaft der menschen bringen ihr botschafter wird sie ohnehin sehen wollen genau sie machen mir das leben nicht leichter kämpfe in den bezirken ein angriff auf koras nest wissen sie wie viele wer ist das eine quarianerin was haben sie vor schäppert sie wollten beweise dafür dass saren ein verräter ist hier sind sie wirklich vielleicht fangen sie lieber von vorn an bis mein name ist tani tani so rana raya wir kriegen hier nur selten quarianer zu sehen warum haben sie die flottille verlassen ich war auf einer meinem übergang in die welt der erwachsenen davon habe ich ja noch nie gehört es ist eine tradition bei meinem volk wenn wir erwachsen werden lassen wir die schiffe unserer eltern und unseres volkes zurück allein suchen wir nach den sternen und kehren erst zur flottille zurück wenn wir etwas von wert gefunden haben so können wir beweisen dass wir es wert sind erwachsen zu sein sagen sie uns was sie gefunden haben bei meinen reisen habe ich berichte über die geht gehört seit sie mein volk ins exil getrieben haben sind geht immer im nebel geblieben ich war neugierig ich verfolgte eine geht patrouille zu einer nicht verzeichneten welt dann wartete ich darauf dass sich einer von seiner einheit entfernt ich deaktivierte ihn und entfernte seinen speicherkern ich dachte die geht frieren ihren speicherkern ein wenn sie sterben eine art verteidigungsmechanismus wie ist es ihnen gelungen den speicherkern zu erhalten mein volk hat die geht erschaffen mit etwas geschick umsicht und glück kann man manchmal kleine datenspeicher sichern der großteil des kerns wurde gelöscht aber es gelang mir ein teil des audiospeichers zu retten das ist sarns stimme das beweist dass er am angriff beteiligt war er sagte eden prime hätte seine suche nach der röhre einen schritt vorangebracht kann sich jemand vorstellen was er damit meint die röhre muss irgendetwas mit dem sender zu tun haben vielleicht geht es um proteanische technologie wie eine waffe moment da ist noch etwas sarn hat nicht alleine gearbeitet und auch einen schritt näher an die rückkehr der reaper ich kenne die andere stimme nicht die über die reaper spricht ist das eine neue form außerirdischer laut speicherkern informationen waren die reaper ein hyper fortschrittliches maschinenvolk das vor 50.000 jahren existierte die reaper haben die proteaner ausgelöscht dann sind sie verschwunden zumindest glauben die geht das klingt ziemlich weit hergeholt die vision auf eden prime jetzt verstehe ich sie ich sah wie die proteaner von den reaper vernichtet wurden die geht verehren die reaper als götter als gipfel des nicht organischen lebens und sie glauben dass saren weiß wie man die reaper zurückholen kann das wird dem rat gefallen die reaper sind eine gefahr für jede spezies im zitadell raum wir müssen es ihnen sagen was sie auch von dem rest halten mögen diese audiodateien beweisen dass saren ein verräter ist der captain hat recht wir werden es dem rat vortragen müssen wir was ist mit ihr der quarianerin mein name ist tally sie haben mich in der gasse gesehen commander sie wissen was ich kann lassen sie mich mitkommen so ich dachte sie wären auf einer pilgerreise genau die pilgerreise beweist dass wir uns für das allgemeinwohl einbringen wollen was sagt es wohl über mich aus wenn ich diese sache ignorieren waren ist eine gefahr für die gesamte galaxie meine pilgerreise kann warten mir ist jede hilfe recht vielen dank sie werden es nicht bereuen anderson und ich gehen voraus und bereiten beim rat alles vor sie können sich kurz sammeln dann treffen wir uns im turm wir nehmen wir nehmen ihn und jetzt sie mit weil das ist immer gut wenn man da so beim rad auftaucht ne so an dieser stelle ich muss sagen dass wir schon ordentlich weit jetzt geht es dann gleich zum rad und da wir jetzt gerade hier einen kleinen break haben sage ich natürlich hallo lieber da ist gerade zugeschaltet hast ich werde nicht allzu sehr auf den chat eingehen wir werden heute ein bisschen messeffekt stream und ich freue mich natürlich extrem drauf dass wir hier weitermachen können wie gesagt das neue spiel wird gleich kommt wir bald kommen andromeda kommt wir haben noch viel zu erledigen und wir sind erst beim ersten teil das kann zu einer never ending story werden hier war das hier da genau entschuldigung commander shepard commander shepard mein name ist samish batia bitte halten sie mich nicht für aufdringlich aber ich weiß nicht mehr an wen ich mich wenden soll kein problem was kann ich für sie tun meine frau war eine mariensoldatin in der 212 auf eden prime ich habe beantragt dass mir der leichnam meiner frau für die urnen bestattung überstellt wird aber das militär hat abgelehnt warum haben sie den antrag abgelehnt dafür muss es einen grund geben ich weiß es nicht sie sagten nur dass es nicht möglich sei meine frau nach hause zurückkehren zu lassen es kann keinen guten grund geben dass sie den leichnam ihrer frau nicht freigeben warten sie bitte hier für mein anliegen ist mister bosker verantwortlich zuletzt sah ich ihn in der teuren bar da drüben danke dass sie sich die zeit nehmen ich möchte meiner frau nur ein anständiges begräbnis ermöglichen na gut dann gehen wir da mal noch kurz in die bar klopfen hier mal kurz auf den tisch ne ich kann diese gerüchte nicht glauben die konsortin würde niemand was wollen sie oh kommander kann ich irgendetwas für sie tun was können sie mir über die azari konsortin sagen ich sie ist eine azari die hier als nun sie hilft leuten mit dingen sie sind nie zu ihr gegangen was ich nein ich nicht ich konnte es mir nicht leisten es kostet ein halbes jahresgehalt nur mit ihr zu reden können sie mir wenigstens sagen wo ich sie finde sicher jenseits der brücke zu den botschaften das ist klar dann gehen wir auch noch kurz vorbei und dann haben wir den hier sehr erfreut sie zu sehen commander shepard ihre aktivitäten haben für einiges aufsehen im diplomatischen korps gesorgt kann ich etwas für sie tun ja ein mann namens samesh batia hat probleme damit den leichnam seiner frau zu bekommen ah mr batia ein guter mann in einer frustrierenden lage ich wünschte ich könnte ihm helfen nirali batia starb auf eden prime wie ihn mr batia sicher erzählt haben wird ihre wunden können keiner uns bekannten waffengattung zugeordnet werden deswegen verwahren wir ihre leiche sie glauben dass ihr leichnam kontaminiert oder auf andere weise gefährlich sein könnte nein commander von nirali batia geht keine gefahr aus ihr körper ist vielmehr sehr wertvoll für die allianz diese teststudien könnten die grundlage für bessere verteidigungssysteme gegen die geht bilden anders gesagt nirali batia könnte nach ihrem tod mehr leben retten als zu lebzeiten sie haben so viele leichen für die forschungen können sie nicht auf eine verzichten nur ganz wenige leichen weisen diese neue art waffenverletzung auf und die wenigsten sind gut genug erhalten für forschungszwecke außerdem benötigen wir so viele leichen wie möglich um zu vernünftigen statistischen werten zu kommen commander sie haben so viele leichen wie lange werden diese forschungsarbeiten denn dauern das ist eine langzeit studie die leichen werden wohl noch ein jahr oder länger untersucht werden ich werde mr batia davon berichten vielleicht fällt es ihm dann leichter die sache zu verstehen danke ich weiß das zu würdigen bitte lassen sie mich wissen wenn sie noch weitere frage dip 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 so jetzt geht es erstmal hier auf kodex hier haben wir punkte zu verteilen wir haben punkte zu verteilen sehr schön entweder wir machen einschüchtern oder schmeicheln energy was sollen wir machen guter junge böser junge wir haben die auswahl guter junge böser junge du hast die wahl der qualme ein freund also ich wäre ja mal für einschüchternder aber machen wir einschüchtern? wir machen einschüchtern so